Kingdom Come Deliverance, wir lernen Schwertkämpfen. Richtig. Da. Der sieht für sich aus. Aber der ist gerade. Da oben. Okay, irgendwo in der Nähe der Arena. Die Arena ist direkt neben uns, deswegen hatten wir gedacht, vielleicht ist er das. Darum haben wir ihn angesprochen, ja. Vielleicht ist das der Typ, der hier sitzt. Der hier? Ja, komm, der sieht doch total... Tutorial, ja. Ja, haben wir. Haben wir. Ja, komm. Nehmen wir. Nimm dieses scharfe Schwert und wir üben ein bisschen. Sollte man... Das sieht nicht hölzern aus. Nicht so ganz. Move around the battlefield, A und D, also rechts und links. Also du kannst oben, unten, rechts, links. Vorne, hinten. Ja. Das Schwert halten. Und dann ist die Frage, mit welcher Taste man... zuschlägt. Ah, ist es nicht. Also mit der Maus wüsste ich es wahrscheinlich. Vielleicht... Okay. Also ich glaube, du sollst dich erst mal nur ein bisschen bewegen, oder? Hat er auch eben gesagt, bewegt dich umher. Ja. Okay, also Head, oben und... Ja, gut. Jetzt gibt der Sound gerade den Geist auf bei uns. Ja, mit A, 20. RT. RT, okay. Oh, natürlich komplex, ne? Ist ja immer die richtige Richtung. Oh, da ist nicht mehr viel Ausdauer. Ah. Hold the sword in front of you and learn to fend off various thrusts. I'll go slow for now. Okay, so musst jetzt immer die Richtung auswählen. Hold Q to keep blocking. Oh. Das ist die Frage, was ist Q? Vielleicht LT? Hab ich schon probiert, es hat grad nicht funktioniert. Achso, das war jetzt von unten, ne? Ja. Das war unten rechts? Ja, zu langsam. Von rechts? Oh, ne, das war Seite. Und links? Man muss, glaube ich, schneller sein. Ne, es funktioniert nicht. Wo ist denn hier? Mach mal, mach mal Help. Der kann uns ja verprügeln in der Zeit. Was steht denn da bei Blocken? LB, also das obere. Das da, ja. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Okay, okay, oben, oben links. Ja, schön. Unten rechts, unten rechts. Oben rechts. Ja, absolut. Und links? Ne, oben. Ja, oben links. Ach, das ist verwirrend. Oben. Ja. Top. Anstrengend. Ja. Boah, dann. Mach ihn kaputt! Au! Au! Und only fend it off, when you see exactly where it's going. Attack! Gibt da immer mein Autsch. Das ist voll gemein. Wieso darf der das? Na komm, hol ihn nochmal. Willst du nochmal einige Pfeffer kriegen? Ah! Watch my backswing. As soon as I start to come down block. Sehr gut. Machen wir. Wird super. Oh, jetzt hab ich ihn halbiert. Jetzt hast du ihn halbiert, wenn's ein echtes Schwert wäre. Gut, dass es nur ein Holzschwert ist. Oh! In die Fresse. Autsch. Das war nicht gut. Nick, das war nicht gut. Zu langsam. Schön. When you manage to fend off the sword, you can lunge straight away. Try it. You can counter attack immediately after successful parry. Also versuch dann einfach nochmal zu schlagen. Ja. Du machst das sehr gut. Und. Au. Oben. Au! Ja, so muss das gehen. Zu langsam. Zu früh gefreut, ne? Und hoch. Und zack. Links. Nee. Das war, glaube ich, zu schnell. Genau. Nicht schnell genug. Mann. Lass dich mal nicht so in die Ecke drehen. Falsche Richtung. Und unten. Mann. Verdammt. Das ist ganz schön tricky, tatsächlich. Ja! Boah, voll in die Fresse. Ja. Und wenn er es am meisten erwartet hat, du attackst aus dem Rhythmus. Defend dich selbst. Ich zeige dir, wie es ist getan. Block ist Q. Parry ist disabled for now. Okay, also nur blocken. Jetzt versuch's. Wenn du zusammen eine Reihe von Strikern linkst, dann kannst du unbezüglich attackieren. Ein Strik wie das ist fast unmöglich, zu fend auf. Okay. Das hab ich doch gerade gemacht, oder? Und der Kahn, der blockt die Alar. Nicht gut genug, ne? Soll, ich muss noch kurz warten? Ja. Was ist denn Step? Step. In die Mitte? Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ah, stand da, glaube ich, doch. Da, RB. Okay. Das da. Ja, okay. Also oben, rechts, links, unten, oder links, links, unten, und dann Step. Mann, komm, so. Das war super schnell gerade. Er blockt sich trotzdem halt ab. Ja, ist doch einfach gut. Ja. Ja, irgendwie. Überzeugt mich das gerade noch nicht. Oder drei Dinger und dann Stabben, ja klar. Warte, so, so, hier, da unten, und jetzt Stabben. Ich glaube tatsächlich, wir sind viel zu langsam einfach irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es schneller geht. Du musst ja auch immer erst umschalten auf die Angriffsrichtung und so. Hm. Guck mal, jetzt sind doch hier drei ausgegraut, oder? Das ist vielleicht die Richtung, die empfindlich sind, oder? Ich sehe da nichts ausgegraut, ehrlich gesagt, also. Also guck mal, wenn ich jetzt von oben mache. Und jetzt hier seitlich. Nee, jetzt ist keiner. Ist nichts, verändert sich nichts. Ah, das war doch schon irgendwas. Ja, irgendwas. Hm. Scheint gleich so. Hm, er muss da, so, try to move to the side. Okay. Au. Echtes Schwert hätte ich jetzt umgebracht. Einfach bewegen, oder wie? Ja, ich hätte es gesagt. Siehst du, war doch super. Ha, kann schon gar nichts. Ich bin weg, tschüss. Relativ einfach. Aber er ist jetzt auch nicht der Schnellste. Schlingste, ja. Oh. Ja, okay, das ist noch ein bisschen undynamisch, das Kampfsystem. Das könnte vielleicht noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Aber vielleicht bist du auch einfach nur gerade sehr gut. Ja. Es mag auch sein, dass es deswegen so wirkt, als wäre das Kampfsystem noch nicht perfekt. Weil du halt schon so perfekt bist. Ich glaube, daran liegt's. Aber wir haben jetzt auch original Mittelalter Schwertkampf in weniger als zehn Minuten gelernt. Ja. Aber man muss auch sagen, das letzte Spiel, was ich gespielt hab, war, äh, ist Batman gewesen, das neue. Das ist so ein sehr ähnliches. Und das Kampfsystem ist halt schon so ein bisschen, äh, wie sagt man, schneller. Naja, vor allen Dingen ist es, Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken. Autsch. Wann kommen wir auf solchen jetzt noch ausweichen? Vielleicht zählt das noch nicht oft genug. Ich find, du machst das toll, Nick. Ich möchte das gerne noch weitere zwei Stunden sehen. Ja, ich auch. Wie du ausweichst. Na komm, Pavel, jetzt schlägt doch mal richtig. Ja. Time for feints. By holding the attack button, you raise your weapon, you strike with release. If you change... Also, aufgeladene Schläge. Mhm. Ach so, du kannst ihn dann... Ja, jetzt wird er da und jetzt kannst du auf der anderen Seite dann ihn angreifen, sozusagen. Ja, siehst du, genau. Also, äh, wie heißt das? Feint ist, ähm... Finte. Finte, genau. Danke. Der kann ja überhaupt nichts. Wo ist denn der in Schwertmeister? Der hat richtig blaue Flecken schon am Arm. Ja. Also, heute Abend, das tut weh. Da kann er nicht auf der Seite liegen. Oh, zu nah, zu nah, zu nah. Das mag er nicht. Aber dieses Schwertgeräusch war jetzt nicht von einem Holzschwert. Nee. Ach so, da war er jetzt gerade... Mann, ich möchte aber nah an dich ran. Ich mag dich halt. Kuscheln. Au. Ja, komm, also vier, fünf... Das habe ich verstanden, ja. Das reicht doch jetzt. Komm, wir können rausgehen. Lass uns mal einen Kampf machen gegen jemanden. Oder willst du ihn jetzt bekämpfen? Ich will jetzt ihn... Ah, ich habe ihn. Step. Oh. Ja. Ich merke schon, dass du alles Tolles kannst. Nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Au. Merk dir, was du gelernt hast, Nick. Ich habe gar nichts dran. Nee, du hast es rückwärts rausgelaufen. Aber ist ja okay. Okay, jetzt ein richtiger Kampf? Ja, komm. Probieren wir es doch einmal. Ja. Ja. Guck mal, die machen jetzt einen Schaukampf. Natürlich ganz geil. Kannst du mal zugucken. Mit echtem Schwertart. Oh, der betet sogar noch mal fett. Ja. Finde ich gut. Und dem anderen ist es egal. Ja, der hat einfach Selbstbewusstsein. Der hat so dicke Eier, das glaubst du nicht. Ja, kommt ja. Kann an die Brüder. Gut, dass er gebetet hat. Ja. Na, vielleicht kommt er ja noch. Weißt ja nicht. Au. Au. Warum schreit er eigentlich die ganzen Positives zusammen? Wurde aber Steg abgeholt. Weiß ich nicht. Oh, das hat er auch mal schön getroffen. Ist aber gefährlich, wenn man da so am Rand steht, als Zuschauer. Ja. Kriegst du ein Schwert ab. Die sind ja doch recht lang, die zwei Hände. Sehr gut. Ja, machen wir das. Wir werden jetzt nicht sprechen. Ja, legen wir ihn mal ab. Komm, lass mal gegen jemanden Schwert kämpfen. Du musst zumindest 10 Groshans aufbauen. Wenn du gewinnen, kriegst du es zurück und etwas aufbauen. Na gut. Na, nehmen wir doch das jetzt. Hier sind 10 Groshans. Das zerfaliere ich zwar jetzt, aber... Aber wir wissen ja, wo 16 Groshans rumliegen. Ja. In welcher Kiste, bei welchem Sheriff, in welchem Dorf. Beginner. Ja, hart, aber ich will nicht einen Pushover. Du kannst Armour für die Kampf für ein paar Groshans. Was sagst du? Wir haben eh kein Geld mehr, also... Oder? Meinst du, es ist egal, weil die leiden noch nicht? Ich weiß es nicht, also... Drück drauf. Klar. Warum nicht? Vielleicht können wir es uns ja... Oh, wir konnten es uns noch leisten. Ja. Und Pupp weg, Wahnsinn. Wow, da waren sie verschwunden. Haben wir jetzt gewonnen? Der Opponent ist verschwunden. Ja. Wir auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, vorsichtig, vorsichtig. Du hast gerade kein Schwert, oder? Warum habe ich kein Schwert? Weiß ich nicht. Weil wir kein Schwert gekauft haben. Ehrlich? Kannst du dir noch besser, als ich? Give up! Ich hoffe ja tatsächlich, dass das Schwert nur weggeclitcht ist und nicht, dass es jetzt wirklich... Weil wir hatten ja gar keine Chancen, ein Schwert zu kaufen, also... Wir hätten die Facke kaufen können. Wir haben keine Waffe, wir können Armor leiden, aber kein Schwert? Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Lauf, lauf! Gut, das Geld ist dann wohl weg. Do I have to tell you, it's not enough for you to get your Arse kicked and can hardly stand up? Gut, ist nicht passiert. Das war jetzt nicht so... Aber wieso hat man denn kein Schwert? Aber wir haben auch kein Geld verloren, ne? Mhm. Wenn das dann unser Geld ist, dann... 19,5. Ja. Ach, so, Groschen sind ja auch nur... Ach so, nur so ein Teil davon. Ja. Also 0,1. Ja, das ist... Aber ich... Dann sollten wir uns jetzt erstmal irgendwie ein Schwert besorgen, bevor wir das nochmal probieren. Ja. Aber vielleicht... Da ist noch eine Kiste, aber die können wir bestimmt ordentlich aufsperren, oder? Doch. Ha. Willst du es mal probieren? Ja, aber ich kann das ja nicht, das tun wir schon. Genau. Einfach schön, gefühlvoll, sanft. Und jetzt drehen und ein bisschen mitdrehen. Na, du machst das doch schon gut. Sehr schön. Nee, nicht so richtig gut. Soll ich mal? Ja, ich kann das nicht. Hast du nicht so viel Gefühl in den Daumen? Das Problem ist, äh, nicht das Gefühl in den Daumen, sondern dass ich ein absoluter Grobmotoriker bin und nicht die beiden Daumen verschieden bewegen kann. Ah, okay. Das ist natürlich ein Problem. Hast du die Elder Scrolls-Spiele gespielt? Weil da hat Lockpicken ja mit dem Controller genauso funktioniert. Vielleicht hätte ich mit dem Maus und Tastatur gespielt, ne? Ja. Aha! Das gehört jetzt wohl uns. Ja. Ja. Oh, wisst ihr was? Gut, dann können wir in der nächsten Folge mal das Bogenschießen probieren. Können wir ja mal die Kumane unterstützen bei ihrem Versuch, Tschechien zu erobern, oder? Wir sind ja hier mitten unter, äh, den Soldaten. Mal gucken, was hat er zu sagen. Ist der Bogenschützer wahrscheinlich. Mal gucken. Ja. I want to shoot. And who's stopping you? Haha, gute Antwort. Ähm. Nobody. Ja, wir haben ja... With your own equipment, as long as you don't break anything here, then fine. At least I'll see what you're like. Is it possible, you earn a Groshan or two shooting? Maybe. If you've got a few coins, I can try and find someone who's not on patrol, who can show you something. Ähm. Why not? What will I need for it? A bow, Adaros and a few Groshan. Haben wir alles. Haben wir. Haben wir. Where do you get it in the chest behind you? Ja, komm. We know, we already have it. Have you now? And have you ever held it in your hand? Da wird's schon schwieriger. Äh. Alles das Beste. I'll try and find you someone. Are we on? Aber ich hab einen Bogen. Ich hab noch niemanden geschossen, aber... Immerhin, oder? I keep one and the first shooter with 20 points gets the rest. Ähm. Wait a while. Ich möchte wenigstens einmal vorher geschossen haben. Looks to me like you lost your nerve. Ja, mag stimmen. Ja. Leute, lasst uns eine Pause machen und nächste Folge probiere ich mal mich beim Schießen. Richtig. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht können wir ja hier auch noch Medikamente holen für unseren verletzten Kameraden da, für Miroslav. Mal schauen. Genau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.